Heute machen wir eine Übung, die sehr gut geeignet ist, wenn du ganz viele Gedanken im Kopf hast. Today we'll make an exercise when you have many thoughts in your head. You want to get rid of them or clear your head. Und zwar nimmst du deine Handgelenke überkreuz, cross your hands, your palm of your hands up towards the ceiling, die Handflächen zeigen nach oben, Finger locker befreit, heb die Arme an und jetzt drehst du die Handflächen nach außen und senkst die Arme nach unten. Hier atmest du ein, wenn du die Arme hebst und beim Ausatmen bei einer sanften, entspannten Bewegung atmest du aus. You inhale when you lift your arms and you exhale when you lower your arms. You can imagine to push away the clouds in the sky. To have a clear sight into the blue sky. Könnt ihr euch vorstellen, die Wolken zu teilen, die Gedankenwolken, das was in deinem Kopf ist. Die Wolken am Himmel, um wieder eine klare Sicht auf die Dinge zu bekommen. Es ist so wunderschön, wenn man in den klaren blauen Himmel guckt, hat man oft das Gefühl, dass man dadurch auch ein bisschen klarer im Kopf wird. Noch zweimal. Einatmen, ausatmen. Noch einmal. Und dann kurz nachspüren. Ich danke wieder fürs mitmachen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Thank you for participating. Have a beautiful day. Bye bye. Macht's gut. Bye bye.